Einsatzleitung, ich habe den Kontakt zu einem meiner Ethereum Harvester verloren. Vorrücken, zu meinem Weg! Eure Einsatzteam zur Untersuchung an. Verstanden. Einsatzteam, ihr solltet die letzten bekannten Koordinaten des Harvester-Teams haben. So habe ich noch eine seltene Belohnung schon. Hoffentlich verrattest du! Sollteam! 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 Die Rechnung. Einer ist weg. Einer ist weg. Ey, nicht meinen Schrott klauen. Die Rechnung war gut. Der Rechnung war gut. Der Rechnung war gut. Was ist das? Scheiße, wir kommen offensichtlich zu spät. Einsatzteam, schließt die Ätherium-Ernte ab. Ätherium-Proben sind wichtig für meine Arbeit. Seien Sie vorsichtig damit. Sie sind nicht zu 100% stabil. Untertitelung des ZDF, 2020 Zielpunkt markiert. Zielpunkt am Warnweg. Was ist denn da oben? Nein, das ist ja offen kein Zong. Kann man speistern. Zombie-Gefahr neutralisiert. Volle Kraft! Bonus-Punkte! ... 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 Ätheriumprobe erlangt. Sorgen Sie sich nicht wegen Ihrer eingeschränkten Mobilität und Sicht. Das ist normal beim Umgang mit Ätheriumpristallen. Komm in die Ätheriumpflicht. Insta-Kill One Two Two Okay, now it's fishing. Okay, now we're on the channel here. Well, where do you actually leave my stuff away? Is that a type of club or what? Okay, now we're going to go. Alter, der hält doch noch mal auf hier. Nö. Ich guck doch mal, der Funk ist ja lang. Ich kann es nicht mehr so machen. 0,1 Sekunde noch über alle ethereum proben wurden gesichert bereit für den start also 41.000 habe ich gesammelt gerade hier nur um die zombies aus der einen ecke nur 3 aufgerüstet jetzt können wir loslegen auf keinen fall jetzt annehmen ich starte das ist gut ich habe nicht gezweifelt dass ich besonderes hände darum kümmern wird signal position identifiziert hallo stupe 5 muss ich nur freischalten sonst habe ich die waffe soweit hoch gelabelt das beste ist schon mal aufs beide Was ist das? Insta-Kill Ein Kommunikationsgerät, könnte von Ravenhoff sein. Bringt es zur Signalstation. War da auch was? Dicker? Komm her. Hm, hab ich schon. Lalalalalalalala So. Weißt du wo die Kack-Kugel ist? Nein. Okay, selber gerade schon überall durch. Ah, das geht nicht gut. Gravenhoff, hier ist Weaver. Komm! Weaver ist wohlzutage nie, wo sich Omega's Spione blicken lassen. Schicken Sie Ihr Team in das Gebiet beim Sanatorium. Dann sage ich Ihnen mehr. Sanatorium, okay. Ja, wir müssen jetzt erstmal Den verkackten Helikopter Da ist ein Turmbandgerät Ja. Ja. Aber da werden ganz viele Gegner spawnen, also aufgepasst. Nicht, dass du wieder sagst. Oh, ich liege mal eine Runde auf dem Rücken rum. Ich habe Waffe auf Stufe 3. Und Schaden Stufe 4. Das juckt die Zombies wenig. Wenn sie dir einen in den Nacken hauen. Ja. Haben wir auch nichts mehr, ne? Nö. Alles abgearbeitet. Alles abgearbeitet. Ah, ich hab noch auf. Ach, da ist noch einer, oder? Lebt der? Annehmen? Ja, nein. Abnehmen? Ja, nein. Abnehmen? Ja, nein. Abnehmen. Abnehmen. Ach, hier laufen noch zwei Vorwos rum. Ach, drei, vier. Hier waren noch welche, aber wo sind sie denn? Ach, wer ist denn blau, ey? Blau bist du? Ja, hier sind noch ein paar. Du bist ja nicht da. Komm mal her, hier. Ja, das war mal her. Verdammt, ey. Ach, da sind noch mehr. wo ist denn in der Abbände noch Zombies rumrennen? Tankstelle sind glaube ich noch welche, so wie es aussieht. Ja, naja, hinter der Tankstelle. Ich habe noch so ein Marshall-Körper, wenn sie loswerden. Ne, noch nicht im Remax. Ich muss noch ein Marshall-Körper loswerden, dann brauche ich eine Kriegsmaschine. Weil das ist ja eigentlich mein Auftrag für heute. Habe ich ganz vergessen. Tch! Daheren Tch! Tch! Toll! Na ja, na gut. Tch! 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 Untertitelung des ZDF, 2020